Ja hallo liebe Leute, Schjami hier und willkommen zu einem weiteren Video und zwar zu den Battle for Azeroth Deadlines, also was man doch unbedingt abschließen sollte, bevor den Shadowlands rauskommen bzw. der Pre-Patch, denn mit dem Erscheinen von Shadowlands gibt es wieder einige Sachen, die man gar nicht mehr erarbeiten kann und was das genau ist, das schauen wir uns jetzt hier im Video an. Und ohne viel drumherum kommen wir auch direkt zum allerersten Punkt und zwar einem Reitier und zwar der unverderbten Lernschwinge, die gibt es aus dem aktuellen Raid Nialofer, dazu müsst ihr nur den Endboss dort drinnen killen und zwar Nesoph selber, wenn ihr den erledigt, dann kriegt er ganz einfach das Quest-Item gedroppt, das wiederum könnt ihr in Silithus abgeben und zwar in der Herzkammer und dann werdet ihr auch schon mit dem Reitier der unverderbten Lernschwinge belohnt, das heißt wollt ihr das Reitier noch unbedingt haben, dann wie gesagt nach Nialofer gehen, den Endboss dort töten und die Quest am Ende aus der Truhe rauslooten, um so schlussendlich das Reitier zu kriegen. Ihr könnt jederzeit dafür ganz selber eine Gruppe aufmachen und euch durch die heroische Version von Nialofer durchkämpfen. Ihr könnt auch schauen, ob im organisierten Gruppentool unter Schlagzüge dort eventuell eine Gruppe gerade offen ist für Nesoph alleine, um dort nochmal reinzukommen. Ansonsten gibt es auch viele Community-Boosts und Co., wo ihr euch das Ganze nochmal für Gold kaufen könnt, wenn ihr vielleicht jetzt am Ende von BFA noch eingestiegen seid und vielleicht das Reitier noch ganz schnell sichern wollt, dann könnt ihr das natürlich auch jederzeit gegen Gold erwerben. Und dann kommen wir auch schon zum Punkt Nummer 2 und zwar ist das ebenfalls wieder ein Reitier, denn das ist der erweckte Gedankenbohrer. Den kriegt ihr aus den mythischen Schlüsselstein-Dungeons, denn dafür müsst ihr jeden Dungeon aus Battle for Azeroth plus 15 oder höher abschließen in der vorgegebenen Zeit. Also ihr müsst das in dem Zeitradius von dem Schlüsselstein schaffen. Wenn ausgelaufen ist die Zeit, dann zählt es natürlich nicht rein. Das ganz Gute bei dem Achievement ist, ihr müsst das nicht auf einem Charakter machen, sondern jeder einzelne Dungeon zählt auch von den verschiedenen Twings. Also wenn ihr das jetzt mit mehreren Charakteren machen wollt, dann zählt da jeder einzelne Schlüsselstein rein, den er da mit den verschiedenen Charakteren macht. Ich in meinem Fall zum Beispiel habe auch nicht alle auf meinem Main gemacht. Ich laufe mit sehr vielen Twings da rein, deswegen ging sich das mit meinen ganzen verschiedenen Chars einfach aus. Wenn ihr das also noch machen wollt, dann solltet ihr euch da natürlich ebenfalls ranhalten. Dafür könnt ihr wieder euren eigenen Schlüsselstein nach oben spielen oder ganz einfach vielleicht im organisierten Gruppentool danach suchen. Ob vielleicht genau der Key, der euch gerade noch fehlt, gerade zur Verfügung steht. Dann kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 3 und das ist auch zeitgleich das Schwierigste, was eigentlich momentan Ingame zu holen gibt. Denn diesmal geht es nicht um einen Reitier, sondern um einen Titel und der Titel, das ist Champion von Arzaroth vom Achievement Phänomenale kosmische Macht. Denn das Achievement, das kriegt man nur, wenn man alle Essenzen aus Patch 8.2 auf der legendären Variante hat. Dabei muss man allerdings sehr, sehr viel spielen und sehr weitreichenden Content spielen, denn die schwierigsten Essenzen, die es dabei zu holen gibt, das betrifft einmal zum Beispiel Arena für Konflikt und Zwietracht. Dafür müsst ihr 2400 Erwertungen im 2v2, Free Free oder RBG erreichen. Ihr braucht eine Essenz von Azshara aus dem ewigen Palast auf der Schwierigkeitsgrad Stufe Mythic. Und dann gibt es auch noch andere, wie zum Beispiel 100.000 Ere-Farm oder halt aus den Paragon-Kisten ziehen, die ihr dort ebenfalls rausholen müsst. Ich glaube in Mechagon war es auch noch der Run, wo man nicht sterben darf. Also das ist relativ schwierig, da ranzukommen. Ich für meinen Fall komme leider auch nicht an dieses Achievement ran, weil mir fehlt nach persönlich dann Mythic Azshara, wo ich leider nicht rankomme. Aber alles in allem natürlich ein sehr, sehr cooler Titel und für alle von euch, die vielleicht noch rankommen, würde ich mich auf jeden Fall ranhalten, denn der Titel ist wirklich sehr, sehr cool und wird in Zukunft auch sehr einzigartig sein. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 4 und zwar ist es diesmal wieder ein Titel und zwar ist es hier der Gesichtslose beziehungsweise die Gesichtslose. Das gibt es von der Heldendart Welt des Wahnsinns und die wiederum, die kriegt man aus den verstörenden Visionen, die man aktuell seit Patch 8.3 spielen kann. Bei den verstörten Visionen, darin gibt es Maskenruns, das heißt, wenn man zum ersten Mal einen Clearrun macht, dann kriegt man am Ende eine Maske, hat man die Maske wieder auf und macht die besonders verderbten Gebiete, dann gibt es wiederum eine Maske und zwar zwei aus Orgrima und zwei aus Sturmwind, dann hat man insgesamt fünf Masken. Mit diesen Masken wiederum auf, muss man dann einen Clearrun machen in Orgrima beziehungsweise Sturmwind jeweils und zwar ohne Gruppe, also komplett alleine und hat man das geschafft in beiden Varianten, also Orgrima und Sturmwind, dann gibt es die Heldendart Welt des Wahnsinns. Und den Titel dazu. Solltet ihr in den verstörenden Visionen irgendwelche Art von Problemen haben, dann könnt ihr unten ganz einfach in der Videobeschreibung schauen, da ist nämlich meine Guide verlinkt, da findet ihr einen kompletten Fullrun inklusive Erklärung und was das Ganze leichter machen kann, um euch eventuell da noch ein bisschen aushelfen zu können. Und dann geht es weiter mit Punkt Nummer 5 und zwar geht es hier gleich weiter mit PvP, denn hier gibt es auch wieder zwei Reittiere abzuholen und zwar sind das die Season-spezifischen Reittiere. Da ist einmal das boshafte weiße Skelettschlachtross und einmal der boshafte weiße Kriegssäbler, die gibt es ganz einfach, wenn man aktuell in der aktuellen BVP-Season im 2v2, 3v3 oder im RBG über 1400er Wertung ganz einfach Siege macht. Denn für jeden Sieg, da kriegt man ganz einfach ein Bar von den Prozent gefüllt. Ich glaube im 2v2, wenn ich mich nicht täusche, sind so 0,8% pro Sieg und im 3v3 glaube ich waren es 1,1 oder 1,2% pro Sieg, den man dort drin erringt. Und wenn man die Leiste komplett gefüllt hat, dann erhält man das Reittier. Das Positive daran ist, dass wenn man eins der beiden Reittiere bekommen hat, dann kriegt man auch das Gegenstück. Das heißt, eins ist für Allianz, eins ist für die Horde und man kann im Nachhinein auch noch weiter die Sättel fahren. Die Sättel werden zwar nicht entfernt, kann man aber aktuell auch noch weiter fahren für die restlichen boshaften Reittiere, die man denn dort noch kaufen will. Ganz wichtig, wie gesagt, ist einfach nur, dass ihr über 1400er Wertung bleibt, sodass ihr immer in dem gleichen Ranking seid und alle Siege über 1400, bis ja wohin ihr auch immer kommt, zählen da ganz einfach bei dem Prozent mit rein. Und wir bleiben immer noch kurz bei BVP, denn damit im Pre-Patch für Shadowlands die Season 4 von Battle for Azeroth zu Ende geht, gibt es natürlich auch keinerlei Möglichkeiten mehr an den Enchant von Battle for Azeroth zu kommen, außer Rena. Den kriegt ihr, wenn ihr eine 2100er Wertung im 2v2, 3v3 oder RBG erreicht. Den könnt ihr dann schlussendlich auch auch im Charakter Transmong. Es gibt unter anderem die Elite-Sets, die kriegt ihr, wenn ihr eine 1800er Wertung erreicht, außer ihr wollt unbedingt noch den Umhang, um das Set abzurunden. Das gibt es dann wieder ebenfalls erst ab 2100. Der Tabat von Arena ist ebenfalls nicht mehr erhältlich, den gibt es für eine Wertung von 2400. Und auch das Gladiatoren-Reittier aus der Season 4, das ist ebenfalls nicht mehr erreichbar. Das kriegt ihr aktuell, wenn ihr 2400 im 3v3 habt und dort 50 Siege über 2400 erreicht. Und das Erste, was wir hier haben, das ist die Heldendart Brutosozialprodukt. Und die kriegt man wiederum, wenn man sich den mächtigen Karawanen-Brutosaurus holt. Der kostet allerdings 5 Millionen Gold, ist allerdings auch das einzige Reittier ingame, das einen Auktionator auf seinem Rücken hat. Das heißt, wenn ihr aktiv dort Sachen einkaufen und verkaufen wollt, dann ist es natürlich das Nonplusultra an Reittier. Allerdings wird das Reittier nicht ganz entfernt, denn sofern wir aus einem vorigen Interview wissen, kommt das in Zukunft dann ins Schwarzmarkt-Auktionshaus rein. Da ist allerdings das Problem, dass wir nicht wissen, was das Startgebot für das gute Stück ist. Ich schätze mal ganz stark, dass es ziemlich weit oben anfängt, einfach weil es generell so einen hohen Preis hatte, sodass es nicht allzu billig weggehen kann. Das zweite Problem ist, dass es wahrscheinlich generell ziemlich teuer weggehen wird im Black Market Auktionshaus. Warum? Weil im Black Market ca. 400, 500 Items mittlerweile drinnen sind, die alle um den Slot immer kämpfen, dass es quasi im Auktionshaus drinnen ist. Heißt, das gute Stück wird maximal immer ein bis drei Mal pro Jahr im Black Market drinnen sein. Und da bieten natürlich euer kompletter Server mit drauf, der das Reittier denn noch haben will. Denn auch mit Shadowlands fangen natürlich mehr als genug neue Spiele an, die das eventuell auch noch erarbeiten wollen. Und ja, das Black Market ist nun mal voll mit Leuten, die viel zu viel Gold haben, inklusive mir, die dort alles mögliche so teuer wie es nur geht rauskaufen oder andere hochbieten, einfach nur damit sie so viel wie möglich zahlen müssen. Deswegen sollte man sich da heranhalten, wenn man den denn jetzt noch unbedingt abholen will. Dann geht's weiter mit den nächsten zwei Reittieren, und zwar die Reittiere aus den mythischen Raids aus Battle for Azeroth. Und das ist einmal von Nesov selber, und zwar auf der mythischen Variante dieses Mal. Denn dort gibt's den Allseher von Nyarlothar. Und dann gibt's noch ein Reittier aus BOD. Und das gibt's von Jaina, also dem Endboss darin. Und das ist der eisige Gezeiten-Elementar. Die Reittiere droppen momentan für den kompletten Raid droppen immer zwei Stück zu 100%. Und sobald das Addon vorbei ist, dann ist es wie immer, dass diese Mounts irgendwo zwischen 1 bis 0,1% Dropchance haben. Das heißt, wenn ihr sie jetzt noch unbedingt haben wollt, dann könnt ihr jederzeit euch da ranhalten. Denn da gibt's mehr als genug Community-Runs, die dort immer stattfinden, inklusive bei mir im Stream. Ich schaue immer wieder, dass wir zumindest den eisige Gezeiten-Elementar noch für ein paar Leute holen können. Sofern's halt drinnen ist, schauen wir immer, dass wir ein paar Runs noch machen. Ansonsten findet ihr hier für die Schlacht um Dazar-Lore auch im organisierten Gruppentool noch mehr als genug Gruppen, wo ihr halt schauen könnt, ob ihr euch da vielleicht noch irgendwo reinschummeln könnt, damit ihr das Reittier noch abholen könnt. Für Nihilofa ist das Ganze ein bisschen schwieriger, denn der Raid ist ja der aktuellste Raid von Battle for Azeroth. Das heißt, dort ist es generell ein bisschen schwieriger, dort reinzukommen. Auch ich selber habe das Reittier noch nicht. Aber wie gesagt, das kann man sonst alternativ auch noch in Shadowlands erfahren. Und das nächste Reittier, das wir uns hier ansehen, das ist Bruce. Bruce gibt's aus der Schläger-Arena und zwar, wenn er dort die Quest-Reihe dafür abschließt. Wenn ihr gar keine Ahnung habt, wie das funktioniert oder wo man damit anfängt, in der Videobeschreibung unten ist ein Link für meine Guide rund um dieses Reittier, damit ihr das nochmal leichter arbeiten könnt. Ich bin mir nicht sicher, was Blizzard genau damit vorhat, denn die vergangenen Seasons der Brawlers Guild wird immer so geregelt, dass wenn das Add-on vorbei ist, gibt es keine Chance mehr dran zu kommen. Ich denke mal, dass es gleich mit dem ausgeht. Allerdings stand im Blue Post nichts von der Schläger-Arena drinnen, aber ich gehe mal davon aus, dass es im Laufe von Shadowlands ebenfalls wieder eine neue geben wird, wo wir dann wieder andere Season-Belohnungen abholen können. Ansonsten schauen, dass er dann vielleicht noch abstauben könnt. Gerade jetzt zum Ende vom Add-on ist da drinnen eh wieder mehr los, dass er leichter die ganzen Gruppenquests dort abschließen könnt. Ist ein relativ simpel zu holendes Reittier und gerade mit Item-Level 400, 440 um den Dreh rum, sollten da drinnen sowieso schon alle Bosse ziemlich einfach werden. Was ebenfalls anfangs ein bisschen schwieriger zu farmen sein wird, das sind die Reittier von den Insel-Expeditionen. Denn wie ihr seht, ihr könnt ganz einfach bei der Reittiersuche Insel-Expeditionen eingeben. Da seht ihr alle Reittiere, die hier drinnen droppen können. Das sind vor allem die coolsten meiner Ansicht nach Insel-Donner-Schuppe als auch Krechts und der Zwielichträcher als Reittier. Also wenn ihr euch die holen wollt, dann könnt ihr aktuell ganz einfach die Insel-Expeditionen spielen. Dort habt ihr immer eine Chance, je nachdem welche Gegner dort gerade ab sind, dass die jeweiligen Mobs droppen. Das heißt, sind Piraten ab, dann habt ihr halt eine Chance auf Krechts, sind jetzt die Donner-Schuppen ab, dann habt ihr eine Chance auf die Insel-Donner-Schuppe, sind Zwielichträcher ab, habt ihr eine Chance auf Zwielichträcher, sind Untote ab, halt eine Chance auf die auferstandene Stute, die kann man unter anderem auch auf Allianz nutzen, wenn man immer schon mal ein untodes Pferd haben wollte. Ansonsten kann man sich bei Insel-Expeditionen auch jederzeit für die Münzen, die man da drinnen kauft, die jeweiligen Kisten holen, die wechseln immer durch, also die Kisten, die da sind, sind immer die, welche Inseln gerade absehen und da könnt ihr ebenfalls wieder lesen, bei jeder Kiste steht nämlich dabei, zum Beispiel beinhält halt Items für den Piraten, dann wie gesagt kann Krechts drinnen sein und so weiter und so fort. Das heißt, da könnt ihr ganz einfach rauslesen und dann könnt ihr euch die Kisten kaufen, da ist die Chance nämlich auch glaube ich circa 1 zu 30, dass das Reit hier drinnen ist, da könnt ihr nochmal das ein oder andere holen. Denn Insel-Expeditionen kann man zwar mit Shadowlands noch spielen, allerdings wurde in dem Interview gesagt, dass man nach wie vor drei Leute dafür braucht, das heißt man kann sie auch in Shadowlands zumindest vorerst net Solo queuen, jetzt momentan könnt ihr sie ja noch über den Browser queuen, gerade die heroische Variante Mythic müsst ihr ebenfalls noch Leute suchen, da habt ihr also jetzt noch mehr Chancen, dass ihr gerade schnell daran kommt. Ansonsten mit Shadowlands könnt ihr natürlich jederzeit eine Gruppe aus Freunden zusammenstellen, um die ebenfalls noch zu farmen. Und zu guter Letzt bleibt nur noch ein Punkt offen und das sind die Kriegsfrontensets, die man sich erspielen kann, denn wenn man aktuell Kriegsfronten spielt, also wirklich die Belagerung davon spielt, entweder über das Anmelden oder über die heroische Variante an sich, wo man halt selber eine Gruppe organisieren muss, da kriegt man immer eine einmalige Quest und von diesen einmaligen Quests gibt es quasi den Skin der heroischen Kriegsfront, das sind die Recaller-Versionen von den anderen Elite-Sets aus der vergangenen Seasons von BFA. Das kann man sich aktuell auch noch leichter holen, denn ebenfalls in Shadowlands werden die Kriegsfronten nach wie vor existieren, allerdings muss man dann ja ebenfalls wieder eine Gruppe von 10 plus Spielern suchen, damit man die überhaupt abschließen kann. Das heißt, wenn ihr die Elite-Varianten oder beziehungsweise die Recaller-Varianten der Elite-Versionen, dass ich sie überhaupt noch irgendwie rausbringe, aber wenn ihr die denn noch gerne farmen möchtet, dann schaut, dass jedes Mal, wenn die Kriegsfront ab ist, dass ihr euch da noch anmeldet und eventuell eure Chance versucht, dass ihr aus der Kiste dort noch was rauskommt. Mein persönlicher Tipp für das Ganze wäre, dass jedes Mal, wenn die Kriegsfront ab ist, dass ihr das Ganze in der heroischen Variante macht. Warum? Denn in der heroischen Variante könnt ihr die Quest für das normale als auch das heroische annehmen und schließt beides in einem Run-Up. Und in beiden Kisten kann jeweils halt eines dieser Set-Teile drinnen sein, die vor allem sehr, sehr cool aussehen, denn gerade das Allianz-Set ist dort sehr begehrt für Plattenträger. Das sieht nämlich wirklich sehr, sehr cool aus. Und das war's dann auch schon für dieses Video, für die Deadlines von Battle for Azeroth. Mich persönlich würde noch interessieren, was sind die Dinge, die ihr euch davon schon erarbeitet habt oder was sind vielleicht Dinge, die ihr euch unbedingt noch erarbeiten möchtet? Weh mal gerne ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mit meinen Social Media Netflix-Folgen. Alle Links sind immer unten in der Videobeschreibung und wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr wie immer jederzeit einfach gerne unter dem Video kommentieren. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao. 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 Ciao.